Ja grüß dich! Schön, dass du wieder einschaltst bei meinem Beauty-Blog. Ich hoffe, ich blog dich nicht mit meinem Beauty-Blog. Verstehst du das? Naja, aber ist eh wurscht. Heute geht es um Schmuck. Hast du dich schon mal gefragt, was passt denn für Schmuck eigentlich? Was kann ich aufhören, was nicht? Ich sag dir, mir völlig wurscht. Häng dir alles auf, wie du findest. Ein Auto warfen um den Bauch und eine Stierkette ums Knack. Ist völlig wurscht. Kannst du eh immer, was du willst. Da setze ich mir keine Grenzen. Da kann jeder tun, was er will. Ich kann euch nur zeigen, was mir immer eingefallen ist. Es gibt ja zum Beispiel Armringe, die sind recht fesch. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich mir sowas selber machen. Und habe Gitar-Saiten hergenommen und habe mir selber aus einer Gitar-Saiten Arm-Bandle gemacht. Wie man das macht, kann ich euch kurz zeigen. Bis zu Gitar-Saiten her. No, na. Du hast das ein wenig entwirren. Dann halt auf den jeweiligen Gräs zusammenschmieren. Das fadlst dann ein wenig so um und um, bis das die Garde hält und fertig ist. Schaut richtig gut aus. Da würde ich mich fast als Trendsetter bezeichnen mit dem, nicht? Kost. Na ja, weiß nicht. Normal sage ich, viel Spaß beim Nachmachen. Aber heute muss ich dir sagen, warum machst mir das nach?